Das Rätsel um ein kleines Mädchen wird für Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer und Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg zu einem unerwartet dramatischen Fall. Wir wollten nochmal raus zum Tatort. Wir haben in der Teutonstraße noch was. Was ist das denn? Schien hat angefangen, komm. Los, komm, raus. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Was ist denn hier los? Hallo? Ganz ruhig. Wieso schreien Sie so rum mit dem Kind? Komm, schreien Sie, die ist mir vor das Auto gefahren, gelaufen. Gucken Sie sich mal mein Auto an. Ja, das haben wir gesehen. Komm, zeigen Sie mir das Kind ab. Ja, schön. Wo du arbeitest, war gerade auf dem Weg. Toll. Da. Das soll das Kind gewesen sein? Nee, das war nicht das Kind. Die ist mir vor das Auto fast gelaufen. Da musste ich das Lenker rumreißen und gegen die Mauer rumfahren. Und wo ist der Gegner? Die Mauer war der Gegner. Und wo war das? Mörserstraße hier vorne. Seid ihr mal so lieb? Wie kann man ein kleines Mädchen ganz alleine auf der Straße rumlaufen lassen? Siegut, die kennt das Kind nicht. Nein, das ist so fragwürdig. Die hat mir dann eine Nummer gegeben, weil ich gefragt habe, ob sie eine Telefonnummer hat oder irgendwas. Ja, sonst hätte sie noch ver... Da habe ich die Mutter angerufen. Die ist in Dortmund, die kann nicht kommen. Ja, beruhig sich mal ganz kurz. Moment mal. Ja, also jetzt mal ganz, ganz, ganz ruhig. Wie heißt du denn? Bist du noch zu mir? Bleiben Sie, bleiben Sie, bleiben Sie, bleiben Sie, bleiben Sie. Stimmt das, was die Frau gesagt hat? Bist du da vor das Auto gelaufen? Katrin Borat. Also, nein, ich habe den Gott eigentlich nicht gesehen. Und dann bin ich vor Laute so rumgefallen. Okay. Und du kennst aber die Frau nicht? Emily. Hey. Wer sind Sie denn? Oh Gott, bin ich froh, dass du nicht so bist. Wer sind Sie denn? Entschuldigung, ich bin die Oma von der Name ist Peter Albrecht. Ich wurde eben von meiner... Oh Gott, bin ich froh. Ich habe schon gedacht. Sie sind die Oma von dem Mädchen. Das ist die Emily. Wir machen dann erstmal ein Pflaster drauf, ja? Und du gehst da mal mit uns rein und wir sprechen mal darüber, genau, ne? Weil es ist hier ein bisschen zu laut. Die Kommissare entlassen die Autofahrerin. Sie ermitteln, dass das Kind eigentlich bei seiner Tagesmutter sein sollte. Die Kripo-Beamten werden erfahren, warum die Fünfjährige von dort verschwinden konnte. Sie halten es für möglich, dass der Babysitterin etwas zugestoßen ist. Wie ist denn das passiert, dass du dir da so wehgetan hast? Also das war so, also ich habe den Auto dann so gesehen. Dann bin ich von Laublichkeit runtergefallen. Und dann, ja, du hast mich aufgehoben und du sagst immer zur Polizei, warum sind wir jetzt hiergekommen? Und dann bist du freiwillig in das Auto eingestiegen? Und dann hat sie dich reingezerrt. Also, die hat mich so, ja, gezwungen. Gezwungen. Aber kannst du mir doch nochmal erzählen, warum du denn da weggelaufen oder hingelaufen bist? Wie kommt das? Normalerweise musst du doch ganz woanders sein. Also, ich bin von einer Tagesmutter, sein Freund. Und du meinst die Hanni? Ja. Du gehst zu einer Tagesmutter, ja? Ja. Jeden Tag? Ja. Und ja, sein Freund ist Björn. Der... Björn. Heißt der Björn? Ah, die Tagesmutter hat einen Freund. Ja. Und der heißt Björn. Björn. Ach, das ist meine Tochter. Und was ist mit denen? Und ja, wir wollten so... Ja, Marlene. Ja. Mama, wie geht's los? Wie geht's Emily? Die Emily ist... Beruhig dich jetzt erstmal. Also, es ist... Es sieht schlimmer aus, als es ist. Und es ist okay. Die ist auch nicht vor das Auto gelaufen. Sie hat nur ein paar Schrammen. Aber wo bist du denn? Ich denk... Ich hab das mal in Höhe. Ich glaub, ich geb dich mal dem Polizisten. Einen Moment. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab mit einer aus, ja? Und ich mach mir... Was ist denn da los? Und wer... So und die... Frau Albrecht, Frau Albrecht. Hier spricht die Polizei. Klaus Schäfer. Du bist ruhig. Ruhig. Ganz ruhig. Das Kind ist bei der Hanni in Pflege. Und wo befindet sich die Hanni? Wo wohnt die? Ja. Das ist der Tagesmutter. Genau. Die Brot ist der Meisterschaft. In der Mainzer Straße 3. Und wie hat die Hanni auch einen Nachnamen? Ja, ich... Ja, Berger. Berger. Hanni Berger. Von dem Auto. Hat sie ein Auto? Ja. Wissen Sie, ob sie ein Auto hat? Sie hat normalerweise ein Auto, ja. So, und haben Sie da ein Kind in Pflege oder haben Sie da mehrere Kinder in Pflege? Nein, beide Kinder sind in Pflege. Die Pauline, die ganz klein. Ach so, ich bin nicht. Auch der dreijährigen Schwester des Mädchens könnte etwas zugestoßen sein. Die Großmutter dachte, die Kleine wäre in der Obhut einer Freundin ihrer Tochter. Die Kriminalisten bitten einen Kollegen, die Personalien der Tagesmutter zu überprüfen. Die schockierende Aussage der Fünfjährigen macht den Ermittlern klar, hier könnte ein furchtbares Verbrechen in Gange sein. Wir haben eben noch drüber gesprochen, als das Telefon geklingelt hat. Die Emily hat uns erzählt, dass der Freund von der Tagesmutter, der Björn heißt, ne, der hat gesagt, was hat er da gesagt? Also, dass ich meine neue Mutter und meinen Papa bekomme. Was? Was? Also, das ist ja schon ein Ding. Und jetzt haben wir ja gehört, da gibt es noch ein Mädchen. Das ist, ist es deine Schwester? Ja. Ach komm. Und wo ist deine Schwester? Und wo ist die Schwester? Bei Björn. Bei dem Björn? Wie sieht Björn aus? Kannst du mir den beschreiben? Ja, der hat schwarze Haare. Ja. Und ein Bart, der ist braun. Hast du einen Vollbart oder nur so einen leichten Bart? So. So? Ja. Okay. Und der hat große Ohrenlöcher. Richtig mit Löchern? Ja. Und der ist auch sehr groß. Sehr groß? Was heißt groß? So größer als ich? Ja. Also mehr als 1580. Okay, wenn der Gianni die Adresse überprüft hat, würde ich sagen, wir rufen die SCA an, die Staatsanwaltschaft und sagen, dass sie da in die Wohnung mal reingehen. Da rufen wir eine Spannestreife und dann soll die da gucken und dann sollen die gleich hier, die SCA sollen die Zustimmung geben, dass sie da reingehen können, ne? Ich hab ein Bild von denen. Ja, das ist sehr gut. Das hätte ich jetzt gern von den meisten. Das ist ja hilfreich für sie. Ich muss das nur, ich bin ganz ehrlich, ich hab das Handy ganz neu, ich muss da erstmal gucken, dass ich das hier hinkriege. Von den Kollegen erfährt Lara Grünberg das Kennzeichen des Fahrzeugs, in dem sich die Dreijährige vermutlich befindet. Die Kriminaloberkommissarin leitet eine Fahndung nach dem Wagen ein. Er hat die Fahndung drüben an alle raus, er hat das Foto abgescreent, in alle Streifen des Wagen weitergeschickt. Genau. Dass alle wissen, wie das Kind aussieht. Das Kennzeichen kannst du auch noch gerade mitnehmen. Ja. Ja. Emily, ist alles gut sonst bei dir? Hm? Ja? Da, also ich denke mal, das hört jetzt erstmal aus. Die Mama kommt hierher noch. Mama kommt hierher. Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal mit ihr hoch. Ja. Streifenkollegen sollen zur Wohnung der Tagesmutter fahren, um dort nach Anhaltspunkten auf den Verbleib des Paares und des Kindes zu suchen. Die weitere Befragung der Fünfjährigen bringt die Kommissare auf einen ungeheuerlichen Verdacht. Hast du nochmal für uns was von diesem Pjörn, wenn du nochmal drüber nachdenkst? Irgendwas, was dir einfällt? Was hat er gemacht den ganzen Tag? Hat er da gesessen, hat er da geraucht, getrunken? Ja, ich, also der ist immer mit seinem Laptop. Oh, ja. Und ja, der hat doch von uns ein Foto von meiner Schwester und mir. Hat er euch fotografiert? Aber ich hoffe, immer nur angezogen, oder? Ja. Okay. Mhm. Ja, gut. Das ist ja hochinteressant, ne? Was hat er damit gemacht? Hat er, habt ihr das ausgedruckt? Hat er euch die Bilder gegeben? Oder hat er gemäßt? Er hat das auf dem Computer, also auf dem Laptop getan. Der Klaus, ganz ehrlich. Hier, komm mal kurz mit. Ja. Einen Moment mal gerade, ja? Ja. Ganz ähnlich. Der verkauft die. Muss man im Darknet. Oder der bietet die an, für irgendwelche Sexsachen. Er hat sie zum Glück nicht ausgezogen. Ja, gut, du weißt nicht, das ist ein Kind, wer weiß, was da noch alles vorgefallen ist. Ich rufe mit unserer Spezialabteilung an. Ja. Wir schicken die aber raus. Ja. Schick sie mal in den großen Saal, bitte. Unter Ausschluss von Großmutter und Enkelin verschaffen sich die Ermittler Zugang zum Darknet. Dort wickeln Schwerkriminelle häufig anonym Geschäfte ab. Die Kommissare entdecken eine schockierende Anzeige. Guck dir das mal an. Oh, schau mal hier. Der bietet hier tatsächlich zwei Kinder an. Und das ist doch die... Guck mal, das ist doch das Kind, oder? Ja, ja. Scheiße. Oder? Ja. Im Kindersitz. Also schon alles vorbereitet. Irgendein Kindersitz im Auto. Und der nennt sich auch noch Björn. Das ist ja unfassbar. Das ist ein Arschloch. Weißt du was? Weißt du was? Hm? Ich spiel mit. Na klar. Ja, ist eine gute Idee. Sehr gut. Angebissen. Ihr wartet ja schon förmlich drauf, oder? Gib mir mal ein aktuelles Foto. Foto stimmt. Foto lebt. Also je nach Sitzung im Auto. fragt, wo wir sie uns treffen können. Wo? Sag mal, der tippt das sofort ein hier. Der wartet drauf. Also hier, ganz ehrlich, das muss jetzt ratzfatz gehen. Sonst sind die weg. Okay. Wo über die Straße ist das? Hier, da müssen wir schon mal hier Einsatzzentrale, also Zivilkräfte bereitstellen, ne? Der ist drauf eingegangen. Okay, komm. Einsatzzentrale, äh, wir brauchen mehrere Zivile. Alle Streifenwagen raus aus dem Viertel. Ich will da keinen Streifenwagen sehen, das macht ihn nur nervös. Wir verprosten das Ganze und die Uniformierten nur auf, auf Zugriff. Oberste Priorität hat die Sicherheit der Dreijährigen. Um den Undercover-Einsatz nicht zu gefährden, halten die Ermittler ihr Vorhaben vor den Angehörigen geheim. Sie teilen ihnen lediglich mit, dass sie einen Verdächtigen aufsuchen werden. Wer sind Sie denn? Sind Sie bei uns? Ja, ich hab mir solche Sorgen gemacht. Ist dir irgendwas passiert? Also ihr geht's gut? Sie hat hier eine Schürfwunde, beziehungsweise auf jeden Fall hier eine Wunde und hier unten. Haben Sie schon mitbekommen, was da wert ist? Ja, es sieht schlimmer aus, als es ist. Ehrlich. Gut, okay. Hauptsache von dir geht's gut. Eben, eben. Wir suchen ja jetzt noch Ihre andere kleine Tochter und wir werden jetzt rausfahren. Und, ähm... Ja, ich fahr natürlich mit. Nee, das ist so einfach, so einfach geht's. So einfach geht das bei der Polizei nicht. Ja, geht wirklich nicht einfach. Das Einzige, was wir mitnehmen können, Sie könnten mit einem Kollegen mit Streifenwagen mitfahren, aber dann bleiben Sie auch dort so lange im Auto sitzen, bis wir unsere Aktion beendet haben. Für die Kriminalisten ist höchste Eile geboten. Sie befürchten, dass der Tatverdächtige das Kind an den nächstbesten Interessenten verkaufen könnte. Und dann wäre die Spur der Dreijährigen verloren. Klaus Schäfer informiert die Verstärkungskollegen. Ganz kurz, dieser Parkplatz soll der Übergabeort sein mit dem kleinen Mädchen. Wir hoffen, dass er kommt. Wir können es nicht versprechen. Er scheint unter einem unheimlichen Druck zu sein, weil die, den Chat, den wir beide geführt haben, der war so heiß auf die Kohle, sodass er bestimmt hier auflaufen wird. Wer hat die Mutter? Ihr beide. Ihr beide. Ihr beide werdet unser Wagen nehmen. Ja. Werdet mit eurem Wagen auf den oberen Teil des Parkplatzes fahren. Wir wären uns genau in der Mitte, wollten wir uns treffen. Ich werde mich gleich anders verkabeln. Ich werde jetzt mein Kabel nehmen hier. Was ich hier habe, werde ich versteckt hier einbauen, damit er es nicht sieht. Ich werde jetzt auch meine Waffe abgeben, weil ohne Waffe, wenn er mich mit Waffe sieht, dann wird er davon ausgehen, dass ich im Grunde bin. Die anderen bleiben hier mit der Mutter stehen. Die Lara wird hier vorne sich verstecken. Ich werde ihn versuchen, aus dem Auto rauszulocken, zu einem anderen Fahrzeug auf dem gegenüberliegenden Platz. Geldübergabe machen, in der Hoffnung, er kommt mit Lara, wird dann von hinten ihn umlaufen. Und wenn er dann versucht, wieder zurückzukommen, dann versuchen wir zu blockieren. Dann blockiert Lara, wir beide werden die Festnahme machen. Ihr werdet in dem Augenblick vorfahren, das Fahrzeug zu blockieren, euch sofort um Mutter und Kind kümmern. Oder um diese Nanni, Nanni und das Kind kümmern. Die Frau ist auch festzunehmen, die ist Mittäterin. Sie wissen nicht, wie weit sie auch noch als Haupttäter mit in Frage kommt. Alles gut, du hast verstanden. Okay, dann geht auf Position. Der Plan der Kommissare? Den Verdächtigen von dem Kind weglocken, die Dreijährige somit in Sicherheit bringen und den Mann überführen. Doch der Täter ist ebenso skeptisch wie skrupellos. Ja, alles klar. Okay, bist du? Kohlene dabei? Ja. Ja. Oder? Ist das Kind drin? Ja, hier. Ich habe einen Teil, habe einen Teil Kohle dabei, eine andere Kohle. Ich muss nicht mehr drüber kommen. Der unterhält sich jetzt mit dem Herrn und möchte, hat auch Geld in der Hand, sagt, er hat das Geld dabei und möchte mit ihm den Rest des Geldes aus dem Auto rausholen. Oh, der, logisch. Das kannst du hier schütteln. Man will aber auch, dass das Kind rausgeht, weil sonst kann die ja wegfahren. So, jetzt müssen wir mal gucken. Einer steht da vorne. Der Bulli. Ich glaube, ich bin der Restlicher dabei. Wenn ich ja scharf was kennt, hast du dir gedacht? Wie? Nee, ist das hier zu doof. Wieso das denn? Ja, hol doch die Kohle selber. Ich mach noch mal im Auto bleiben. Ganz ehrlich. Mach den Kram da alleine. Komm, bleib hier, bleib hier. Hey, was soll die Faktor? Wenn du die Kohle da hast, dann kannst du einfach die Kohle da holen, okay? Dann kannst du die Kohle holen. Jungs! Hey, was war das denn? Komm, 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 komm. Wann hast du denn jetzt so ein Problem, Alter? Was ist das denn jetzt so ein Problem, Alter? Wer seid ihr da? Wer kommt, du da mal? Polizei Duisburg. Polizei, ihr schlank Gümschweide. Sie sind festgenommen. Alter, warum was denn? Ist gar nichts los. Ja, aber das Geld hast du genommen. Ja, was das Geld? Du wirst doch mal von mir kaufen. Das Geld hast du in der Tasche, mein Freund. Ja, pass. So, sie sind jetzt erst mal festgenommen, okay? Okay. Boah, lass mich los. Was soll denn das Scheiß? Irgendwas dabei noch? Kollegen, kommt ihr. Könnt ihr kurz übernehmen. Kind ist da. Ich geh rein. Komm, ich lass ihn liegen. Lass ihn liegen, lass ihn liegen. Hallo. Übernehmt ihr ihn? Ja. Der tut nicht, der läuft nicht weg. Hallo, siehst du aus. Ja, Märchenwald. Er hat mir vor einer Stunde gesagt, dass er das Land verlassen will und deswegen Kohle braucht und dann ist Emily abgehauen. Ich hab versucht, mich zu wehren, dann hat er mich geschlagen und dann hab ich nur gedacht, ich muss auf Pauline aufpassen, Marlene, es tut mir so leid. Also, ne, Hauptsache ein Kind gibt es erstmal so. Aber können Sie mir mal erzählen, wieso das andere Kind weglaufen konnte? Ich weiß es nicht, ich war kurzzeitig bewusstlos. Er hat mich geschlagen und dann lag ich da und als ich wieder wach war, hieß es dann, ich tue der Pauline was an, du fährst jetzt sofort mit und dann hab ich gedacht, ich kann die Kleine auch nicht mit dem alleine lassen. Die Frau im Fahrzeug, die ja die Tagesmutter ist oder gewesen ist, ja, die bleibt natürlich festgenommen. Sie kann natürlich viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Sie hat ein Pfeilchen, sie wurde offensichtlich auch verletzt. Nur, woher dies gekommen ist, das müssen wir natürlich auf der Wache klären. Sie bleibt erstmal festgenommen. Wir werden die ganze Situation, nachdem wir alle vernommen haben, der Staatsanwaltschaft übermitteln und die wird dann entscheiden, ob die Personen weiterhin festgenommen bleiben. Das wird ja alles in Ordnung, ne? Das ist bei der Mama. Toll. Ja. Das würde ich auch so vorschlagen, oder? Äh. Wir nehmen sie mal mit. Genau. Da kommt der Täter rein. In dem heutigen Fall haben wir eine Vielzahl von Straftaten vorliegen, wie jetzt zum Beispiel hier der Menschenhandel, wenn man das jetzt einfach mal so darunter subsummiert. Wir haben aber auch die Körperverletzung, ähm, der Frau, ja, und, ähm, wenn man die, ähm, den festgenommen und vielleicht dann vernommen hat, dann werden sich wahrscheinlich noch andere strafrechtlich relevanten Sachverhalte ergeben, aber das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt klären. Ich weiß gar nicht, was das machen soll. Okay. Aber das Geld von mir annehmen, was du, was du über Internet gefordert hast, das hast getan, oder? Gefordert. Was du willst? Du willst Klamotten kaufen. Wollt Klamotten kaufen. Verstrecke ja öfter mal was auf dem Park. Du klar musst. Wir gucken uns dazu nochmal das Auto an. Machen wir gleich. Aber erstmal seine, seine, seine Freundin hier. So, sie bleibt erstmal hier bei euch. Der Täter muss eine mehrjährige Haftstrafe absitzen. Die Dreijährige ist unverletzt und hat den Vorfall als Spiel angesehen. Es stellt sich heraus, dass die Tagesmutter tatsächlich von ihrem inzwischen ehemaligen Freund zur Mittäterschaft gezwungen wurde. Aufgrund dessen wird sie nicht belangt.